Ja, Chris, hast du nicht Lust, als Silicon Valley Vertreter hier über Digitalisierung und vor allem über künstliche Intelligenz zu sprechen? Da habe ich gesagt, klar. Habe ich Lust, nach Richard David Precht über Digitalisierung zu reden, als Vertreter des Silicon Valley? Das ist super schwierig. Ich bin aber sehr froh, dass das passiert. Ich bin jetzt seit über sieben Jahren im Silicon Valley und beobachte sehr genau, was passiert. Ich beschäftige mich sehr genau mit künstlicher Intelligenz und den Auswirkungen. Ich bin kognitiver Psychologe. Meine Frage ist eher als, was macht die Technologie und was können wir mit der machen, ist die Antwort auf, was macht das mit den Menschen und was bleibt für uns übrig? Und eine Statistik, die rumgeistert und die mir überall begegnet, ich bin sehr froh, dass sie eben nicht gekommen ist, ist, dass 40 bis 60 Prozent aller Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und das sagen genau Leute, die sich damit eben nicht genau auseinandersetzen und die sagen, dass das ist das, was das Silicon Valley treibt. Die treiben voran, dass Arbeitsplätze verschwinden werden. Und sicher werden einige Arbeitsplätze verschwinden, so wie wir gerade gehört haben, dass Arbeitsplätze immer verschwunden sind. Technologien machen das mit Arbeitsplätzen. Die Wahrheit liegt irgendwo anders. Die Frage ist nämlich, wir müssen uns alle irgendwie daran gewöhnen, dass 40 bis 60 Prozent unserer Arbeit ersetzt werden. Viel wahrscheinlicher, als dass einfach bestimmte Jobklassen komplett verschwinden, ist, dass wir alle einen Effekt sehen werden und das schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren, haben, der dramatisch verändert, wie wir arbeiten. Wenn Sie sich daran erinnern, als Sie das erste Mal Excel aufgemacht haben. Ich bin sicher, Sie arbeiten alle immer noch mit Excel. Und das ist eine ziemliche Folter. Als Sie das erste Mal Excel aufgemacht haben, was wissen Sie automatisch, was Sie mit der Software machen können? Fast nichts. Sie müssen lernen, eine Software zu bedienen. Sie müssen lernen, mit einer Maschine zu interagieren, um irgendwas Sinnvolles mit der zu machen. Die Kollaboration zwischen Mensch und Maschine erfordert unglaublich viel Arbeit auf Ihrer Seite, um zu lernen, wie Sie daraus was Sinnvolles machen. So heute sehen wir, und das ist die dramatischste Veränderung, die künstliche Intelligenz in vielen Technologien treibt, sind Technologien so intuitiv und so verbreitet, dass wir den Zugriff auf das, was die Maschine kann, sofort haben, ohne dass wir irgendwas lernen müssen. Für mich die interessante Frage ist nicht, was kann die Technologie? Was kann Alexa? Wenn ich mit Alexa rede, muss ich nicht erst lernen, wie man mit der redet, weil die hat sich mir angepasst. Was wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass alle Technologien immer menschlicher werden. Alle Interfaces werden intuitiver. Die haben gelernt, menschlich zu sprechen, weil wir gerne mit Menschen reden. Wir reden gerne in menschlicher Sprache mit Systemen um uns rum, weil wir gewohnt sind, das zu tun und wir das sehr gut können. Also haben wir dafür gesorgt, dass die lernen, so zu sprechen, wie wir sprechen. Und die haben das gelernt über künstliche Intelligenz, die haben Technologien benutzt, die sind neu und die haben vor allem Kapazitäten genutzt, die sind neu und deswegen konnten wir das vorher nicht. Aber heute haben wir unendlich viele Roboter, die sich benehmen wie Menschen. Die sehen so aus wie wir, die bewegen sich wie wir, die reden wie wir und die versuchen Entscheidungen so zu treffen wie wir. Roboter benehmen sich wie Menschen. Und der interessante Gegeneffekt, und der interessiert mich eigentlich am meisten, der zur gleichen Zeit passiert ist, ist, dass sich Menschen angefangen haben, immer mehr wie Roboter zu benehmen. Wir haben angefangen, und das ist im Nachgang der Industrialisierung macht es auch total Sinn, dass wir das getan haben und so sieht unser Bildungssystem aus. Wir haben standardisiert, wo wir konnten. Wir haben versucht, Mittelwerte zu bilden. Wir haben versucht, Menschen in Vergleiche zu bringen. Und alles, ja, alles, was man messen kann, haben wir angefangen zu messen. Und das, was man nicht messen kann, haben wir ignoriert. Und was rausgekommen ist, ist ein System, in dem wir Vergleichbarkeiten geschaffen haben zwischen Menschen, was dafür gesorgt hat, dass die versucht haben, bestimmte Ziele zu erreichen. Wir sind alle durch ein Bildungssystem gegangen, wo wir standardisiert wurden. Und bestimmte Leute waren erfolgreich mit einem bestimmten Standard. Und wenn die da rausgekommen sind aus dem Bildungssystem, dann sind die in Jobs gekommen und die sahen dann auch noch standardisiert aus, weil das war ja die Nachfrage. Und heute ist fast alles von dem, was an uns standardisiert wurde, die Art und Weise, wie wir arbeiten, eben auch automatisierbar. Und das, was man automatisieren kann, wird man wahrscheinlich automatisieren. Immer dann, wenn es sich lohnt. Und deswegen werden 40 Prozent unserer Arbeitstätigkeiten automatisiert werden, weil wir angefangen haben, Tätigkeiten zu machen, die wir eigentlich nicht tun sollten. Nur hatten wir noch keine Maschinen, die die für uns tun könnten. Heute sind die Maschinen da und übernehmen diese Tätigkeiten. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Und die Frage, ob Maschinen, ob Roboter Menschen ersetzen. Ja, Roboter werden Menschen in bestimmten Bereichen ersetzen, aber eben nur die Menschen in den Bereichen, wo Menschen sich wie Roboter benehmen. Was bleibt denn übrig? Was macht uns denn zu Menschen? Was sind denn wirklich die Tätigkeiten, die wir bringen müssen? Was hält uns denn überlebensfähig? Was macht denn den Menschen zu Menschen? Es kann ja nicht sein, dass wir die Fähigkeiten haben, Excel zu bedienen. So, ich habe drei Technologien, über die wir reden. Drei Technologien, die aus der Künstlichen Intelligenz rauskommen und die quasi beschreiben, was auf uns zukommt. Und das ist schon ziemlich nah. Das erste sind Interaktionstechnologien. Interaction verändert sich überall. Haben Sie schon mal mit einem Chatbot geschrieben? So mit einem gechattet? Wo so ein Roboter Ihnen antwortet? Im Moment noch merkt man sehr gut, sehr schnell, dass das ein Roboter ist, der da antwortet. Und die werden immer besser und besser. In San Francisco gibt es ein Startup, da ist der Gründer bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die haben die Textmessages und E-Mails der letzten fünf Jahre genommen, einer Künstlichen Intelligenz gegeben und ein Chatbot gebaut, der sich so verhält wie der Gründer, als wäre der noch da. Fünf Jahre Textnachrichten haben gereicht, um so eine persönliche Interaktion zu erzeugen, dass manche der Leute, die nicht wussten, dass sie mit einem Chatbot reden, nicht erkennen konnten, dass sie nicht mit der Person reden, die nicht mehr lebt. Sie können also plötzlich Konversationen haben mit Leuten, die nicht mehr existieren. Interaktionen lassen sich durch die Muster, die künstliche Intelligenz lesen und reproduzieren kann, so nachbilden, dass wir plötzlich mit Maschinen interagieren, als wären sie Menschen. Der zweite große Punkt, und der ist noch viel größer und noch viel unterschätzter, ist die Prediction Technologies. Wir erzeugen Vorhersagbarkeit in bestimmten Bereichen. Ich habe meinen Arzt gewechselt vor zwei Monaten und ich bin bei einem Startup gelandet, das heißt Forward. Und deren ganzes Ziel ist, Vorhersagbarkeiten zu schaffen über meine Gesundheit. Und zwar stellen die das Arztkonzept auf den Kopf. Wie funktioniert das Arzt-Business-Modell heute? Sie gehen zum Arzt, wenn sie krank haben, dann bezahlen sie dafür, dass er sie wieder gesund macht. Warum bezahlen wir Ärzte nicht dafür, dass sie uns gesund halten? In dem Moment, wo wir krank werden, müssen sie dafür bezahlen, dass sie krank geworden sind. Das ist das, was Forward im Prinzip versucht, durch Vorhersagbarkeit meiner eigenen Daten, meine Daten in allen Bereichen so auszuwerten, dass es vorhersagbar wird. Sie haben es vielleicht gehört, die neue Apple Watch hat einen ECG drin, einen Elektrokardiografen, der Ihnen zeigen kann, dass Sie kurz vor der Herzattacke stehen. Nicht nur wird der Sie warnen, dass Sie eine Herzattacke haben, der ruft auch automatisch die Ambulanz. Und die ist schneller da und bei den Sekunden, wie das ausmachen kann, zählt es. Und deswegen gibt es präventive Medizin und die nützt künstliche Intelligenz für Prediction. Vorhersagbarkeit von dem, was Sie wahrscheinlich morgen, sollten Sie morgen einen Marathon laufen oder nicht, ist eine Frage, die können Sie Ihrem Arzt stellen. Dazu muss der aber sehr viel über Sie wissen. Bei künstlicher Intelligenz können Sie das sagen, wenn Sie die Daten, Ihre Herzdaten der letzten zwei Jahre haben, so wie mein Arzt. Und auch sonst alle Daten, die ich so zur Verfügung stellen kann. Wollen wir das? Wollen wir unsere Daten so freigeben? Für mich ist die Frage nicht, was geben wir der Technologie, was ist das Gefährliche am Daten rausgeben. Für mich ist die Frage, in welchen Cases, in welchen Abteilungen unseres Lebens wollen wir künstliche Intelligenz einsetzen, sodass sie was Gutes tut. Und in welchen Bereichen wollen wir sie nicht haben? Und dann die nächste Frage, die sich direkt anschließt, wer ist in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die richtigen Sachen durchgehen und die anderen nicht? Und der dritte große Bereich, die dritte große Technologie ist Automation. Automatisierung an allen Stellen, wo wir es können. Dazu muss ich nicht viel sagen, aber jetzt die andere Seite. Was passiert auf der Seite des Menschen? Die für mich viel wichtigere Frage ist, okay, jetzt sind diese Technologien da draußen, das passiert. Das können wir nicht mehr aufhalten. Das ist schon da. Was macht das mit dem Menschen? Drei große Effekte, die wir sehen bei der nächsten Generation, die diese Technologien heute schon benutzen. Und das sind nicht sie, das bin auch nicht ich, das ist die nächste Generation, die benutzt diese Technologien schon überall. Nummer eins, die wollen nicht mehr warten. Die warten auf gar nichts, weil die sich daran gewöhnt haben, dass man in ganz vielen Bereichen nicht mehr warten muss. Und was passiert, wenn eine Technologie ermöglicht, dass Leute nicht mehr warten müssen, ist, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr warten müssen. Und dann das von allen anderen Bereichen ihres Lebens erwarten, außer in Bereichen, wo es ihnen wirklich wichtig ist zu warten. Und in welchen Bereichen ist das? Weiß ich auch nicht. Entscheidend ist, Leute gewöhnen sich daran, dass sie nicht mehr warten müssen, die Erwartung wird plötzlich an sie als Unternehmer getrieben. Und jetzt müssen sie dafür sorgen, dass niemand mehr wartet. Und das ist super anstrengend. In San Francisco, wenn sie ein Talent einstellen wollen, Tech Talent, und zwar eins von diesen Top 1%, wie viel Zeit haben sie von der Entscheidung, dass sie den einstellen wollen, bis der muss seinen Vertrag vorliegen haben? 24 Stunden maximal. Warum? Weil alle schneller geworden sind. Niemand wartet auf seinen Arbeitsvertrag länger als 24 Stunden. Wenn das länger dauert, dann unterschreibt er halt woanders. Und irgendwann gewöhnen sich alle daran, dass alles immer schneller geht, sodass ich mich auch daran gewöhnt habe, dass wenn ich heute Lebensmittel in einer Stunde haben will, dann kriege ich das, weil Amazon mir das in einer Stunde liefert, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und es kostet auch nicht mehr als vom Supermarkt die Straße runter, aber ich muss halt nicht mehr die Straße runter. Auch da, ich gewöhne mich überall dran. Und dann passiert was Komisches, weil wir haben Amazon als E-Commerce-Riesen, der ist in die Richtung gegangen, also wir haben alles online, und das funktioniert jetzt super, und jetzt haben die in San Francisco Supermärkte aufgemacht. Warum? Weil es die andere Seite gibt. Es gibt den Menschen. Und auch wenn wir nicht warten wollen, gibt es interessante Sachen, weil Läden mögen wir ganz gerne. Wir gehen gerne in den Supermarkt. Amazon macht Supermärkte auf, weil sie gemerkt haben, Leute gehen gerne in den Supermarkt. Was machen wir nicht gerne im Supermarkt? Warten. An der Kasse. Also, was haben sie gemacht? Ich checke ein mit meinem Handy, wo die Amazon-App drauf ist, da habe ich einen Strichkot, über den ziehe ich nur einmal rüber, dann gehe ich in den Supermarkt, nehme mir alles, was ich haben will, und gehe einfach wieder raus. Es gibt keinen Bezahlvorgang, weil der ganze Laden mit Kameras ausgestattet ist, die jede Bewegung von mir messen können. So, und jetzt können sie schon zurückschließen, genauso wie die Frage, ob Amazon durch Alexa ihnen ununterbrochen zuhört, sie nicht naiverweise annehmen können, dass sie das nicht tun. Natürlich tun die das, und genauso können sie überlegen, warum macht Amazon Supermärkte auf? Ja, auch nicht, weil die gute Menschen sind, sondern natürlich, weil ihnen noch eine Information über sie fehlt. Das ist der Link zwischen ihrem Amazon-Account und ihrem Gesicht. Nichts? Wenn sie das haben, dann können sie überall, wo Menschen per Gesichtserfassung erfasst werden, sagen, sie wissen genau, was die Person normalerweise kauft. Sie haben also endlich eine Lücke geschlossen. So, nee, wir müssen nicht naiv sein, aber der Punkt, dass wir nicht warten wollen, der treibt solche Cases voran, die dann natürlich völlig andere Effekte haben. Nummer zwei, wir wollen nicht nur nicht warten, wir wollen auch nicht mehr fragen müssen. Und das kommt aus den Prediction Technologies. Weil wir so viel vorhersagen können, gewöhnen wir uns auch daran, dass wir vorhersagbar sind. Wir wollen vorhergesagt werden. Wenn Ikea mir eine Box dahin stellt, dann will ich nicht überlegen müssen, wie man das Ding aufbaut. Ich will nicht irgendwo scheitern und dann die Hotline anrufen müssen und dann fragen müssen, wie das geht. Ich will, dass das Unternehmen sich genau überlegt hat, wie das bei mir ankommt, sodass ich das mache. Deswegen investiert Ikea so viel in Augmented Reality. Da gehe ich mit meinem Handy über die Box, die Box geht vor meinem Auge auf und die erste Schraube kommt raus. Und das Video zeigt mir direkt, wo die hin muss. An meiner Box, sodass ich wirklich nicht mehr denken muss. In allen Bereichen, wo wir nicht fragen müssen, werden wir uns daran gewöhnen, dass wir nicht mehr fragen werden. Wir erwarten, dass die andere Seite vorausgedacht hat. Und auch das erzeugt Riesendruck. Weil wir zu lange warten, bis jemand fragt. Und dann haben wir möglicherweise die Antwort. Aber wenn wir die Antwort doch schon haben, dann hätten wir auch wissen müssen, dass irgendwann jemand fragt. Und ein Chatbot richtig aufzuziehen, dazu muss ich Fragen und Antworten kennen. Und wenn Sie mit dem Amazon-Chatbot reden auf der Plattform, wenn Sie eine Beschwerde haben, dann reden Sie mit einem Chatbot. Und der sagt nicht nur vorher, was er sagen sollte, der sagt Ihnen auch gleich vorher, was Sie wahrscheinlich als nächstes sagen. Weil Beschwerde-Konversationen zwischen zwei Menschen laufen immer genau gleich ab. Das heißt, es gibt nur zwei Optionen, was Sie wahrscheinlich als nächstes sagen. Und dann warum sollte ich denen das nicht gar nicht vorschlagen? Das heißt, wenn Sie mit dem Chatbot arbeiten, müssen Sie nur noch klicken, welche von zwei Sachen Sie jetzt eigentlich als nächstes sagen wollen. Die wissen schon, dass Sie sauer sind. Also wenn ich bin sauer, dann klicken Sie halt da drauf. Dann stellen Sie uns mal, was passiert. Wir sind vorhersagbar und wir gewöhnen uns dran, dass wir nicht mehr fragen müssen. Und Nummer drei, und das ist vielleicht der härteste Punkt zu akzeptieren, wir gewöhnen uns dran, dass wir nicht mehr denken. Wir wollen nicht mehr nachdenken müssen, wie was ist. Wenn was zu kompliziert ist, dann werden wir sauer. So, weil die Allianz vorhin gekommen ist. Ein hoher Manager, ich sage nicht wer, aber einer der Manager hat gesagt, der ist selber bei der Allianz. Und immer wenn er einen Brief von der Allianz bekommt zu seiner Versicherung, macht er den auf und er versteht ihn nicht. Wie kann das sein, dass 2019 ein Unternehmen Briefe verschickt, die die Rezipients, die Leute, die es bekommen sollen, gar nicht rezipieren können. Die können das gar nicht verstehen. Das heißt, die müssen nicht nur zurückgehen, nachdenken, was das möglicherweise bedeutet. Die müssen zurückgehen, fragen, was das bedeuten könnte. Die müssen irgendjemand anderen fragen. Sie müssen durch unglaublich viele kognitive Schritte gehen. Und wir gewöhnen uns dran, dass wir das nicht mehr tun werden. Und ob das gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber es passiert. Und die nächste Generation wird von Ihnen erwarten, dass Sie sie nicht zum Nachdenken bringen. Über Sachen, über die, die nicht nachdenken wollen. Auf der anderen Seite wird da Kapazität frei, um plötzlich Aktivismus loszutreten. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was bei Google aufgetreten ist. Und das bringt mich auch zum Ende. Was wir sehen, ist eine massive Verschiebung der Macht in Tech-Unternehmen von den Managern, von den Entscheidern im Unternehmen, zu denen, die am Ende das Talent tragen. Und das liegt daran, dass die Gruppe der Talente immer kleiner wird, weil es eben nicht der operative IT-Mensch ist, sondern der strategische Software-Architekt, der plötzlich entscheidet. Und wenn das Senior Engineering bei Google kollektiv entscheidet, dass sie eine bestimmte Aktion des Top-Managements nicht mitmacht, dann kann das Unternehmen nicht viel tun, als zu sagen, dann machen wir das halt nicht. Weil die Abhängigkeit von dem Top-Talent immer größer wird. Und das ist jetzt bei Großen schon so, aber das wird bei Kleinen noch viel schlimmer, weil die werden immer schwieriger zu holen. Und das führt mich zu drei Sachen, die Unternehmer heute schon machen können, ist eine Chance, die ich auch in Europa überall sehe, wo noch viel rauszuholen ist. Nummer eins, Kollaboration. Wir haben immer noch nicht genug vertikale Integration. Wir gucken uns unsere Kunden an und wir machen Sachen, die unsere Konkurrenz auch macht und wir machen die ein bisschen besser und wir gucken, welche Produkte wir noch anbieten können mit dem, was wir schon haben. Stattdessen müssen wir gucken, was macht denn unseren Kunden aus und was könnte der denn noch so alles brauchen. Dann Kooperationspartner finden, die genau das anbieten können. Vertikale Integration bedeutet nicht, wir bauen Autos, sondern warum bauen wir denn Autos? Ah, wir geben Leuten Autos. Was machen die jetzt mit den Autos? Ah, die fahren von A nach B. Was Leute also wirklich kaufen, ist eine Fahrt von A nach B. Was sie nicht kaufen, ist ein Auto. Deswegen ist das Produkt Mobility. Vertikale Integration bedeutet, was können wir noch alles machen, wenn sich Leute bewegen? Was können wir noch alles machen, damit Leute leichter, angenehmer von A nach B kommen können? Und da steckt das Potenzial von strategischen Kooperationen und das ist noch nicht ausgeschöpft. Nummer zwei, wir haben die Frage nach der Frage vergessen. Warum wir eigentlich tun, was wir tun? Was ist die Rechtfertigung für unseren Job? Was ist die Rechtfertigung für unser Unternehmen zu bestehen? Womit rechtfertigen wir unsere Existenz? Wenn man ein Unternehmen anmeldet, muss man eigentlich rechtfertigen, warum man das macht. Was ist der gesellschaftliche Beitrag von einem Unternehmen? Als Unternehmer muss ich mir darüber klar sein, wozu mein Unternehmen gut ist. Kurzfristig viel Geld zu verdienen kann nicht der Zweck sein, weil, wir haben gehört, das wird nicht lange funktionieren. Das kann nicht die Zukunft sein. Die Frage ist, an welchem Problem wollen wir arbeiten und das ist die Frage nach der Frage. Was ist überhaupt eine gute Frage? Und die, die eine gute Frage als erstes finden, sind die, die die Innovationen treiben können. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Verantwortung. So, Nummer drei, Menschen, Unternehmer wollen disruptiv sein, aber niemand will gestört werden. Alle wollen Märkte stören, alle wollen Industrien übernehmen, aber keiner will in seinem Markt, in seiner Industrie gestört werden. So, was wir sehen ist, ja, wir haben dieses Trendwort Disruption, wollen wir überall unterbringen, gleichzeitig wollen wir immer mehr nondisruptives Leben. Und die Frage ist, was ist die Balance zwischen was wir da machen? Wir wollen zerstören, destruktive Innovationen. Wir wollen erneuern und wir wollen wechseln, verwandeln. Aber die Frage ist, wozu? Das ist die Frage nach dem Purpose, die als erstes beantwortet wird, nach dem Sinn und Zweck von dem, was wir da tun. Und abschließend, und das ist ein Zitat, was vielleicht verwundert, wenn man aus dem Silicon Valley kommt, aber am Ende bin ich eben doch Humanist, Latein und Altgriechisch in der Schule gelernt. Und ich komme zurück, ich komme zurück nach den alten Fragen. Und Immanuel Kant hat über Aufklärung gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. So, ja, Unmündigkeit bedeutet, dass wir unseren Verstand nicht so benutzen können, wie wir eigentlich könnten oder es einfach nicht tun. Und selbstverschuldet bedeutet einfach nur, wir sind daran im Grunde selber schuld. So, wenn ich Diskussionen über künstliche Intelligenz führe, sind die oft in so einem Nebel von selbstverschuldeter Unmündigkeit. Genau hinzugucken, was wirklich passiert, die Effekte abzulesen und zu sagen, was können wir verändern und was können wir nicht verändern, sorgt dafür, dass wir so ein bisschen näher ranrutschen als das, was tatsächlich im Silicon Valley wesentlich pragmatischer gemacht wird. Und wenn man noch viel weiter geht, in China noch viel schlimmer pragmatisch gemacht wird. Utilitaristischer Pragmatismus ist das, was wir denen angreiden. Gleichzeitig bewegen wir uns halt viel zu wenig weg von, das ist unser Produkt, das ist das, was wir machen. Und das haben wir schon immer so gemacht und das wird auch morgen noch Wert haben. Das interessiert die aber nicht, weil die sich die Frage nicht stellen. Und das ist ein großer Wert in unserer Frage nach der Frage, das ist ein großer Wert in unserem kritischen Denken. Aber wir müssen eben auch machen, weil sonst die machen. Und die Entscheidung darüber, welcher Case gewinnt, die trifft am Ende irgendeinen Markt. Aber solange wir keine Cases liefern, ist es nicht genug, sich über die Cases der anderen zu beschweren. So, und dafür braucht es Mut. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist die Realisierung, dass es wesentlich Wichtigeres gibt als unsere eigene Angst. Und künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung. Künstliche Intelligenz wird viel mit uns verändern. Und die Angst wird bleiben. Aber die Angst darf nicht dafür sorgen, dass wir nicht gehen. Dass wir nicht versuchen, dass wir uns nicht auseinandersetzen damit. Dass wir nicht einsetzen und testen. Die Angst ist der hilfreiche Hebel, damit wir mit Bedenken trotzdem in die Zukunft gehen. Und dabei viel Erfolg. Bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, kurz noch die Frage an dich. Es war mir wieder offensichtlich, wie optimistisch du an diese ganze Sache rangehst, an die Digitalisierung. Du sprichst über die Talente, die entscheidend sein werden. Über die richtigen Fragen, die gestellt werden müssen. Über den Mut, den wir alle haben müssen. Aber was macht dich da optimistisch, dass der Mensch tatsächlich so ist? Dass gerade diese Talente, von denen du sprichst, die richtigen Fragen stellen werden und mutige Entscheidungen treffen werden? Die Beobachtung, was mit dem Menschen passiert über die letzten 70.000 Jahre. Technologie ist völlig zweitrangig, wenn wir angucken. Klar, ich sehe auch, dass heute der technologische Fortschritt mehr Einfluss hat auf das, was das menschliche Leben verändert. Trotzdem, die kognitive Revolution vor 70.000 Jahren, der erste Schritt, wo wir angefangen haben zu reflektieren, war im Grunde auch ein Schritt, ein Paradigmenwechsel, den wir uns heute kaum vorstellen können. Also in dem Moment, wo wir zu Menschen wurden, die nachdenken darüber, was sie in der Zukunft machen wollen. Dass es überhaupt eine Zukunft gibt, ist neu. Und heute, ja, wir haben Technologien überlebt. Und wir sind evolutionär so adaptiv, dass ich glaube, die Technologie wird ein großes Problem haben, sich uns anzupassen und nicht andersrum.